Okay, zum Glück ist das nur ein deutsches Phänomen. Mit Abstand auf den letzten Platz bei der IWF-Wirtschaftsprognose. Läuft bei uns, oder? Länder wie Indien, China, Russland, die die ersten Plätze belegen bei diesen Prognosen, das sind dann eben auch nicht so umweltsäue wie wir in Deutschland. Wisst ihr Leute, abgesehen davon, dass die Sanktionen gegen Russland wirklich gewirkt haben, weil wir haben noch eine Prognose von 0,2 Prozent, während die Russen eine Prognose von 3,2 Prozent haben, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also für wen haben die Sanktionen eigentlich gewirkt? Gegen Russland oder gegen Deutschland? Kann sicher jeder mal selber stellen die Frage. Gehen wir mal zurück zu dem anderen Thema, zum Beispiel was aktuell in Dubai passiert. Und uns wird ja dann auch erzählt, dass das alles wieder mit diesem ominösen, Ihr wisst schon, was zusammenhängt, aber könnte das vielleicht auch mit anderen Themen zusammenhängen? Die Experten, die diesen Bericht geschrieben haben, schließen das natürlich gleich aus, siehe die ersten Zeilen hier, einfach mal selber lesen. Aber Fakt ist eben, dass ein Einfluss aufs Wetter a. möglich ist und b. dass solche Techniken definitiv schon angewendet werden, zum Beispiel jetzt aktuell bei dem Fall in Dubai. Und wenn man sich die ganzen Ereignisse der letzten Jahre immer anschaut, dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass es nicht nur in Dubai der Fall ist. Meine Meinung. Schreibt mal eure in die Kommentare.